Na, verraten Sie mir, wer ihm den Stock in den Hintern geschoben hat? Wir haben eine Deadline. Eine Woche. Nun, sechs Tage noch. Deadline? Ich kann nicht darüber reden. Mann, versetzen Sie sich in meine Lage. Ich werde von einer Gruppe Wissenschaftler festgehalten und muss den ganzen Tag in irgendeiner Scheißmaschine sitzen. Sie sagen mir nicht, wonach Sie suchen oder wofür Sie es brauchen, aber ich soll dankbar sein, dass Sie mich am Leben lassen. Das ist doch verrückt!